Hi Leute, was geht heute zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute wieder die Tarnfall 2. Uh, ich wurde gerade richtig nach hinten gepostet. Warte. Achterbahn fahren ein bisschen. Warte, ich kann überspringen. Ah, nochmal. Es ist nicht so weit, weil wir ziemlich langsam sind. Jetzt haben sie die physikalischen Kräfte umgedreht, alter. Das ist ja schlimm, alter. An der Wand. Wo muss ich jetzt hin? Hier hoch. Wie schaffe ich das denn nur? Oh ja, komm jetzt. Alter, das ist ja schlimm. Wo muss ich denn hin? Ach, dort oben. Okay, passt. Ist es dein Ernst? Ich weiß. Ich möchte kurz hier raus. Bitte. Warte, was ist hier hinten? Okay, hier ist auch noch was. Das ist halt gerade ein bisschen ein Spielchen. Ja. Wie komm ich denn nur da hoch? Nach dort hinten. Was? Ich hab ja... Das ist ja... Oh, das ist ein bisschen... Das ist so ein bisschen schlecht mit mir jetzt hier nicht, aber das orientiert bin ich schon ein bisschen... Ah... Bitte? Lande doch da rauf, bitte. Okay? Okay. Hallo. Hallo. Bitte. Hochgliedern. Ich bin tot. Ich bin tot. Wenn ich jetzt alles nochmal ran muss, dann... Okay. Ich bin auf. Okay? Du bist jetzt hier. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Littes. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Du bist nicht das. Das war's. 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 So. Das war's. 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 Das war's.